Wir haben das Spiel kontrolliert. Wir sollten das Spiel in der Halbzeit vor allem machen. Wir haben das gut beherrscht, sehr hoch gespielt, viel Ball besitzt, aber es hat die Effizienz gefällt. Wir machen ein Tor drei Minuten vor der Halbzeit. Es ist hier gut gespielt vor Hazard, eine super Flanke, scharf, aber die Abwehr muss das haben. Der Ball geht zwischen vier Abwehrspielern, sie vergessen zu verteidigen und Hermann ist da, weil Hermann geht gern in den Strafraum und deshalb macht er heute zwei Tore. Er macht Fortschritte, kleine Fortschritte, aber sicher, er macht seine Fortschritte und er will immer Tore schießen. Er sieht den Strafraum und er geht und er will das, das ist wichtig. Deshalb konnte er eventuell manchmal auch uns helfen als Stürmer, aber er hat lieber auf der Seite zu spielen. Und ja, er hat auch gut gespielt, er bewegt sich besser zwischen den Linien. Er hat noch viel zu tun, weil die Eins-gegen-eins-Situation zum Beispiel manchmal auf seiner rechten Seite und so, aber er ist noch für mich extrem jung, 24, für mich ist es noch ein Kind. Ja!